hallo freunde und willkommen in diesem video will ich euch eine möglichkeit zeigen unser system hardware in echtzeit zu überwachen in windows 10 hier und zwar mit dem windows eigenen bord mitteln wir brauchen also keine app irgendwie extra zu installieren da gibt es natürlich jede menge viele sind auch kostenlos allerdings wenn wir nur die auslastung unserer cpu rahmspeicher und vielleicht auch die fps wenn wir spielen natürlich im auge behalten möchten dann können wir ganz einfach ja uns die xbox game bar zu nutzen machen die bei windows serie mit dabei ist und zwar geht das ja ganz einfach indem wir vielleicht erst mal überprüfen unter einstellungen und spielen hier ob diese aktiviert ist ja die spielleiste bzw die game bar hier die xbox game bar einfach aktivieren hier falls noch nicht wie gesagt und dann wenn das aktiviert ist einfach die windows tasten auf unsere tastatur drücken xbox eingeben hier und die xbox game bar app einfach starten und schon haben wir uns beziehungsweise ja unsere fenster hier mit unserer werte cpu gpu rahmspeicher und fps das wird angezeigt natürlich die spiele hier haben wir noch mal ein paar optionen das können wir uns hier nochmal je nach geschmack oder bedarf hier anpassen ich lasse das jetzt einfach mal so und schließe das und genau jetzt einfach das fenster hier irgendwo positionieren wo uns nach hier beim arbeiten oder spielen nicht stört denn ja wenn wir diese wir müssen diese dann anbieten hier und danach können wir diese nicht mehr bewegen dann bleibt sie ja fest an einer stelle ich lasse die jetzt mal einfach hier oben in der ecke und genau einfach anbieten hier zack und jetzt ein klick und wochen desktop und schon haben wir unsere ja ressourcen hier im blick ständig wir können das auch genau ein bisschen kleiner machen ein bisschen größer nachdem bewegen können wir das jetzt allerdings nicht mehr das ist jetzt angepinnt und können ja ganz normal weiter arbeiten und die ressourcen im blick behalten wie gesagt ja das war es im prinzip auch schon alles was ich euch jetzt noch schnell zeigen wollte ich hoffe dass es euch oder zumindest in einem oder anderen der das noch nicht kannte weitergeholfen hat wenn es euch gefallen hat über ein like freue ich mich natürlich abonnieren nicht vergessen wenn ihr fragen oder anregungen habt einfach ein kommentar hinterlassen danke fürs zuschauen und bis zum nächsten mal ja sind ihr ist ihr Vielen Dank.